Jo Leute, jetzt geht's weiter. Ja, jetzt fresse ich diese Frucht und dann leuchtet Yoshi den Weg. Was eine praktische Frucht, oder? Warte, wie ging's da nochmal lang? Stimmt, Schlüssel. Nee, Schlüssel. Ja, und der Kreis wird immer kleiner. Vielleicht hört ihr ja das Ticken. Tick-Tick-Tack, Tick-Tack, 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 Tick-Tack. Ich hab seit Ewigkeiten kein Tick-Tack mehr gegessen. Äh, ich weiß nicht, was ich das... warum ich das grad gesagt hab. Tic-Tac, Tic-Tac Wahrscheinlich, weil mich dieses Ticken an Tic-Tac erinnert Ah, da hinten geht's weiter Mega Awesomeness Ba-da-da-da Mega, okay, komm Und hier ist der Stern Da-da-m, 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 da-da-m Da-da-da-da Yo Jetzt kommt der zweite Stern aus dieser Galaxie Und dann machen wir einen Gourmet-Luma Und der kommt wahrscheinlich in den zweiten, in den dritten, äh, vierten Part für heute Ja Schon 20 Kometen-Münzen Yeah Awesome Ich hab schon gedacht, ein Komet Genau, perfekt, ein Komet, endlich Ich hab lange keinen Komet mehr gemacht Aber erstmal mach ich diese Galaxie fertig In den nächsten Part kommt dann wahrscheinlich Die Galaxie von dem Gourmet-Luma Und der Komet Oder ich schaff die Galaxie vom Gourmet-Luma noch hier Aber ich denk's eher nicht Jo Dann kommt jetzt Bezwinge Des Spuk-Korridors Ach so, die Galaxie ist leicht Voll easy Bis auf diese Bodenfresser da Easy Nee, landen, landen Nerv Hör auf zu nerven Luigi Hey, hallo Provert Nett Awesome Musik Habt ihr gehört, wie awesome diese Musik ist? Ja 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 Ja, Eistee Give me Eistee Nee Nerv Istee, Iistee, 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 Iistee Give me more Iistee Äh, hier ist bestimmt wieder nur Scheißdreck Nicht angucken Bitte nicht angucken Ja, voll schwer Wenn die schon sagen, bitte nicht angucken Dann guckt man die doch gerade an Weil die dann stehen bleiben Ja, und mit einem Dreifachsprung kommt man da ganz einfach weg Genau Ah, die Kameraansicht ist hier gerade scheiße Ah What the Fuck WTF Gegner Komischer Geist Ich hasse dich Ich hasse Geister Achso Warum habe ich eigentlich Luigi Genau Luigi hat doch Angst vor Geistern Nihihi GKK Ah 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 Ich freue mich schon heute auf den Part von Shadow Soul Auf den neuen Part von Punch Out Yeah Das wird lustig Endlich mal wieder Shadow Endlich Seit drei Tagen nichts Nihihi 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 Mega Nervung Die Geister machen voll die extreme Mega Nervung Ah, sterben Sterben Hä? Wolltest du sterbe? Hä? Willst du Stress? Die wollen alle Stress Die wollen alle sterben Da 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 Geist Ja Der Komet ist hier wo ich gerade lang gelaufen bin Das Ziel ist es hier an den grunden Bodenfressern vorbeizukommen und dann hier noch lang zu kommen Nihihi Nihihi Und zwar auf Zeit Awesomeness of Star Be quiet Da 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 Awesome Volle extreme Awesomekeit In fünf Minuten zwei Sterne Okay Jo Dann werde ich vielleicht die andere Galaxie da auch jetzt schon machen Aber jetzt werde ich erstmal den Kometen machen Jo Mega Komete Yeah Jo Ich mach jetzt erstmal die beiden Kometen die da aufgetaucht sind Da 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 Awesome Musik Extremst awesome So awesome Yeah Ja Ja ich hab 2700 Lagerstand Das bedeutet Äh 2007 2061 Das bedeutet der kriegt jetzt Sperrenschild Wie krass der aussieht oder Nihihi Komische Peach Krone auf Schild Nihihi Jo Jetzt geht's weiter mit meinem Kometen Run Yeah 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 Ja Und dann ist jetzt die ganze Galaxie auf Zeitdruck Toll nicht Peilung Rauf auf die Korachokugel Nein Karachokugel Yeah Awesome Die ganzen Bob-Oms machen mir Angst Zwei Minuten Yeah Mega awesome Zeit Nein die Zeit ist nicht aus Und die Zeit ist Scheiße Mega scheiß ich kalt Nihihi Ich glaube Im Grünen war das Ich fahr jetzt keinen Umweg Ich fahr direkt Ins Grüne Wo der Stern Wo der Schlüssel Zum WTF Ist The Schlüssel Where the fuck Gelb Ah gelb ist nix Rot Ist das Ding Da ist gelb Da blau Nee Aufmachen Ich bin jetzt mal ganz still Dass ihr die Musik hören könnt Ich bin jetzt mal sehr Ich bin jetzt mal ganz ear . So Weiter Den komischen Part mit den Sägen haben sie weggelassen Bei der Zeitmission Trotzdem Ich muss jetzt in Noch nicht mal ganz 20 Sekunden Noch den scheiß Ballett Bill will ich jetzt schon wieder sagen Nicht Ballett Bill Nix da Ähm Ne Hört nix Kopfschmerzen Wegen Zeitung Ja jetzt weiß ich gleich Einfach geradeaus fahren Bei dem Ball Wie Ich Untertitelung des ZDF, 2020 Boah Wartet mal kurz Okay, noch Zeit Das ist kein bisschen awesome Nix da awesome Okay Könnte was werden Wenn diese Kanonen mich nicht immer aufhalten würden Von der Zeit her Nein Verdammte Scheiße Mega extreme Verkrägung an dem einen Teil Ja Craggy Craggy Mobi Craggy Mobi Craggy Mobi Mobi Craggy Kregi, 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 Kregi. Da, 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 da. Mega awesome, mega awesome. Ja, mega awesome alle Tasten drücken und mega awesome übers Lineal fahren und mega awesome in die Kanone fahren und mega awesome diesmal nicht verrecken. Ja, diesmal habe ich doch viel mehr Zeit. Da la 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 Okay, das war's. Ich habe diesen Kometen geschafft. Ja, mega schreien. Wieder extremst abgechillte Musik. Ja, und das war's jetzt mit der dritten Folge. In der vierten Folge werden wir die nächste Galaxie machen und den nächsten Kometen. Ja. Ja. Nein. Okay, Leute. Bis zur nächsten Folge.